Hallo, mein Name ist Tanja Hladnik. Ich komme aus dem Kino Outtok Isola Cinema International Film Festival. Es ist mir ein Freude und ein Honour, Teil der Fiction Jury des IFI Festival zu sein. Hallo, ich bin die Sigrid Gruber, ich bin im Das Kino Salzburg und ich freue mich auch, dass ich hier beim IFI mitjurieren darf. Hallo, mein Name ist Doris Posch, ich bin Film Scholar und auch Kurator von Kaleidoskop, Teil der Cine Collective. Ich bin sehr froh, dass ich in dieser Jury mit meinen tollen Kollegen Tanja und Sigrid bin. Wir haben jetzt die Entscheidung des Bestes Award für diese Fiction Jury. Und ich denke, mein Kollege Tanja wird anfangen, die Statement zu sprechen. Sie conditionen die meisten Dinge, selbst in der Luft wir breathieren. Breathing ist easy, wenn der Luft ist pleasantly cool. Aber in diesem Film, die Temperature ist boiling. Die Öffentlichkeit bereits immerse die Zuschauer in einem Multiverse von Multistore-Apartment-Bilding, Inhabited von Individuen von diversen socio-economischen Hintergrunds, Constantly auf dem Move. Der Film, der Spannende Spannende, über 24 Stunden, Unfall mit slowem Pfeifen und maturem Confidem, A collective image of the Society. A Society grounded in a haunting past, mit underlying collective war trauma, of a nation with a lacking archive of its past and of an ever dysfunctional state. The film rather raises questions than it gives answers. It weaves in more attempts than explains solutions and rather whispers possible hints than explains directions. So, und hier ist das Statement auf Deutsch, der erste Teil. Das meiste haben sie bestimmt, sogar die Luft zum Atmen. Atmen bei niedrigen Temperaturen fällt leicht, jedoch ist in diesem Film die Luft zum Ersticken heiß. Bereits zu Beginn des Films tauchen die Zusehenden in ein eigenes Universum ein. In ein mehrstöckiges Wohngebäude bewohnt von etlichen Menschen mit unterschiedlichen sozioökonomischen Backgrounds und ihren persönlichen Geschichten. In der kurzen Zeitspanne von weniger als zwei Tagen entfaltet der Film seine unkonventionelle, nicht lineare Handlung und lässt dabei langsam, aber bestimmt das Bild einer Gesellschaft entstehen, die von einer belasteten, unaufgearbeiteten Vergangenheit, einem Kriegstrauma, einem fehlenden, kollektiven Ort der Erinnerung und einem dysfunktionalen Staat gezeichnet ist. The subtelty of the filmmaker's approach to uneasy themes is remarkable, as the multilayered story invites for a closer look and attentive listening. The cinematic language starts with carefully crafted dialogues and continues with thoughtful cinematography. A convincing cast of professional and non-professional actors and an extraordinarily original score. Navigating the dense, pervasively chaotic urban setting with love for details means braving falling air conditioners. A brilliantly absurd threat that is driven by unexpected elements of humor, most definitely not frivolous, but nonetheless disarming. Slow motion dream sequences allow the protagonists and the viewers alike to daydream about a possible existence in the emerging megacity Luanda set in an unbalanced ecosystem and to hope for a better future to come. Das Feingefühl, mit dem der Regisseur unbequeme und schmerzhafte Themen verhandelt, ist außergewöhnlich. Der Film wirft mehr Fragen auf, als er Antworten gibt. Er unternimmt mehr Versuche, als er Lösungen anbietet. Er flüstert uns mehr Andeutungen zu, als er klare Richtungen vorgibt. Gleichzeitig lebt der Film mit seiner Vielschichtigkeit und seiner Liebe zum Detail auf allen Ebenen zu einer genaueren Betrachtung, zur Auseinandersetzung und zu einem genauen Hinhören ein. Sich durch die allgegenwärtige urbane Alltäglichkeit zu bewegen, heißt für die Hauptfigur auch, auf unvorhergesehene Ereignisse herabfallender Klimaanlagen gefasst zu sein. Ein brillant, absurder Handlungsstrang, verwoben mit Tagtraumsequenzen, entfesselt, entwaffnendem Humor und lässt das Publikum hoffnungsvoll von einem chaosreduzierten Leben und einer möglichen Zukunft träumen. Meandering journeys of the characters takes on pain, mourning and passion. They are tightly intertwined by the director's inquiry into the land of grieving, the exploited inheritance of a turbulent present and uncertain futures. The first feature is worth the recognition by this jury and by global audiences. And therefore, the award for the best feature film of the 29th IFI International Film Festival Innsbruck goes to Air Conditionado, Air Conditioner, directed by Fred Dick and produced by the Luanda-based independent film production company Garazal 18. Die filmische Handschrift des Regisseurs umspannt intelligent geschriebene, sparsam eingesetzte Dialoge mit einer sorgfältig gewählten Bildsprache, der präzisen Arbeit mit Laien und professionellen Darstellenden und einem speziell für den Film komponierenden Soundscape. All das verbindet der Regisseur in seinem ersten Spielfilm mit der Frage nach der schmerzhaften Vergangenheit eines trauernden Landes, der turbulenten Gegenwart inmitten eines Erbes der ausgebeuteten und der unsicheren Zukunft der rapide wachsenden Metropole Luanda. Ein Film, der es wert ist, auf globaler Ebene rezipiert zu werden. Der Preis für den besten Spielfilm des 29. IFI International Film Festival Innsbruck geht an Air Conditionado, Air Conditioner von Fred Dick und produziert von der Luanda-based unabhängigen Filmproduktionsfirma Garazal 80. Herzliche Gratulation! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Und sehen Sie nächstes Jahr im Festival! Jawohl! 35 ispatente